Musik Hat der keine Waffe? Doch! Ja geil! Sehr schön! Ich habe eigentlich gar nicht genug Blöcke, um mich jetzt großartig hochzubauen. Loh! Mann! Wack mich doch nicht fest, Minecraft! Ich weiß nicht. Du musst nicht! Nein, du musst nicht! Nein! Alter, was war das denn? Ach, da oben ist er. Okay, der weiß nicht, was ich da bin, denke ich mal. Jetzt weiß er's. Und ich bin so blöd, um ihn zu treffen. Ach du Scheiße. Das war schon wieder so schlecht. Aber es ist... Leute, hallo, was ist das? Aber es ist meine erste Runde für heute, also... Seid mir nicht böse, okay? Ich kann auch nichts hier. Oh fuck! Puh! Nein, ich bin nicht hier. Bine! Ja gut, ne? Ach Junge... Oh fuck Ich will keinen Nutella Toast Oh fuck Junge, check's nochmal, es funktioniert nicht Mit deiner scheiß Angel, oh fuck Oh fuck Aber er weiß nicht, dass er noch lebe Er weiß, dass er noch lebe Ach du Fuck, er ist ganz klar bei mir Ach du Nein, oh schade Schade, schade Pass mal besser auf, mein Freund Pfff Karma Pass auf, wo du hingehst Ich glaube, es leckt, oder? Oder auch nicht Oh Ach du scheiße, Hilfe Es geht nicht ab Lass mich wieder weg Ach du scheiße Was ist hier denn passiert? Julo Ja, GG, ne? Oh Gott, ich krieg Besuch Ach komm, Junge Oh, er ist unten Ah, schade Ich denke mal Ab jetzt werden nur noch 5 Minuten Videos kommen Weil sich eh niemand die 10 Minuten Witz angeguckt hat Und Also bis zum Ende angeguckt hat Und die dann auch nicht so abwechslungsreich waren Ich werde irgendwann mal Mir einen Insta-Account machen Und auch einen Twitter-Account machen Und euch dann darüber auf dem Laufenden halten Wenn ich irgendwas Wichtiges zu sagen habe Was den Channel angeht Ja, das war's schon mit dem Video, ne? Ciao Ciao